Am Freitag habe ich mit den Pacific Climate Warriors gesprochen und wenn ich mit ihnen oder auch mit Freundinnen aus Bolivien und Ecuador spreche, die schon heute unter den Klimawandelfolgen leiden, werde ich so richtig wütend, weil es ist so ungerecht, dass wir hier weiter Braunkohle verfeuern und damit den Klimawandel anheizen. Wir kommen mit Flüten! Die Runde ist möglich! Wir sind möglich! Wir kommen über die Flüten, wo wir gerade die Flüten sind. Das ist nicht die Flüten, wir wollen die Flüten, es sind die Flüten. Die Flüten sind die Flüten. Ohhhh Vielen Dank. Alle Finger sind jetzt in den Gruben und der grüne Finger ist gerade unter den Förderbändern durchgegangen. Wir bewegen uns weiter nach unten, Richtung Bagger, um die Bagger zu besetzen. Die Stimmung ist gut, die Polizei hat etwas frei genutzt, aber momentan sieht es so aus, als ob alle durchkommen. Es fühlt sich großartig an, weil wir kämpfen das ganze Jahr über für Klimagerechtigkeit. Wir müssen tagtäglich das in unseren Handeln machen und heute ist so ein Moment, wo wir so ein ganz starkes Symbol an die Welt senden, dass wir nicht darauf warten, dass bei der COP23 weiter gelabert wird. Wir sind hier, wir stoppen die Bagger für den sofortigen Braunkohleausstieg und Klimagerechtigkeit jetzt. Wir sind unstoppable! Another world is possible! Wir sind unstoppable! Another world is possible! Untertitelung des ZDF für funk, 2017